So Freunde, da bin ich wieder. Ich hab mich mal ein bisschen schlau gemacht, also ist jetzt auch gerade mal ein paar Minuten her, ein, zwei Minuten oder so. Ich hab mich ein bisschen schlau gemacht und es wird empfohlen, den Scheißer hier erst später zu machen, wenn wir mehr geschafft haben. Das heißt, Algor, Alter, ich komme wieder und dann kriegst du auf die Frisse. Gut, das heißt, wir verpissen uns erstmal hier, geschmeidig. Und dann schauen wir mal kurz auf die Karte, was uns denn noch so erwartet. Ach, wir müssen unbedingt nach Kanada, wie sollen wir? Hätte ich mal auch nachlesen sollen. Ah ja, wisst ihr schon. So, das haben wir, hier kommen wir nicht rein, weil... Obwohl, eigentlich müsste man wieder reinkommen. Hm. Da müsste doch was möglich sein. So, gucken wir mal. Ta-da. So, Details, wir reisen mal kurz. Äh, hier hin. Ich glaube, in die Schule kamen wir ja nicht rein, weil wir... Ähm, weil da so eine Sitzung war, ne? Glaub ich. Immer noch verschlossen. Verdammt der Scheißer. Guck mal, vielleicht kommen wir hier hinten rein irgendwie. Vielleicht lassen uns die Goff-Kids jetzt durch. Auch zu. Ey, Kinder, wie geht's euch? Alles klar, Mann. Geh über deine Frage, Hobbit-Boy. I see you all need stuff and decay. You are a rodding carps to me. Wieder sowas Schönes. Sowas Tolles hat noch nie jemand zu mir gesagt. Go take a picture, jerk. What? Go conform somewhere else, kid. So, was? Pfff. Zeig ich da mal. Ach, hier hinten haben wir noch gar nicht. Gibt's hier irgendwas Schönes? Nö. Na gut. Dann gehen wir mal raus, wa? Freunde. Der läuft immer so langsam. Das nervt voll irgendwie. Dass er so lahmarschig ist. So, ähm. Ich glaub, wir können ja hier unten noch was abgeben. Hier nebenan gleich. Er speichert. Sehr schön. Ja, ja, so sieht das aus. Na? Du alter Schneeschaufler, du. Alle Klärchen bei dir? Bin ich gar beruhigt. So. Und zwar mal bei Mr. Dings hier. Ja, Alter. Okay, thanks, you threw that away from me. You might be thinking I still have a hoarding issue. But you'd be wrong. Would you like to be friends on Facebook? Okay. So, wie sieht's hier aus? Krieg ich meinen konformen Bisten wie Dönse? Nee, krieg ich nicht. Der wird auch gar... Hallo? Hallo? Beachte mich. Beachte mich. Beachte mich. Okay. Äh, wir könnten ja natürlich noch was fragen. Nee, machen wir nicht. Oder? Nee. Ich dachte, vielleicht geh ich noch mal hin und frag mal, aber... Du Arschloch. So ein Jemand hat Kinder. Frechheit. So, wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Jetzt bleibt uns ja wahrscheinlich nur noch... Oh Gott. Äh, Elternradproblem. Juhu. Das heißt, wir suchen uns eine Reisemöglichkeit und gehen dann mal nach da hinten zum... Obwohl. Ach, da können wir auch hinlaufen. Da können wir auch hinlaufen. Na? Du? Polizist, du? Boah, dem hab ich's jetzt aber gegeben. Oh! Was? Alles zerstört. Tod und Zerstörung. Im ganzen Land. Was ist denn hier los? Hallo? Ja. Mhm. Folks, there's nothing to be concerned with here. Absolutely nothing out of the ordinary is going on. Simply getting ready for the grand opening of a new Taco Bell. New Taco Bell opening soon. Very big Taco Bell. It's gonna open in a few weeks. Thank you. Mhm. Will this Taco Bell be serving inchoritos? What? Is it gonna be a full menu Taco Bell or is this gonna be one of those Taco Bell KFC combos? We got a guy out here asking a lot of questions. Just stick to the script as laid out in the protocol. But he wants to know if the Taco Bell will have inchoritos or not, sir. Dammit, we don't have a contingency for that. Michaels, isolate and neutralize the threat. Yes, sir. Look, it's a simple question. And if this is gonna be a huge Taco Bell, will it serve inchoritos? I think we have a right to know it. Mark? Folks, we know you're all very excited, but for your safety, we ask you stay clear of the construction side. Oh my God. Mark? Ihr verdammt Schweine! Ich werde, ich werde. Oh. Ach so. Ah. Halt der G gedrückt. Wie war das? Findest du lustig, war? Äh. Ohne an den Wachen vorbeizukommen. Wähle den verstorben Queecher aus und halte. Ja, wer hat das? Wie denn? Muss ich den? Wie wähle ich den aus? Hallo? So, da kann ich das auswählen. Was ist, wenn ich hier drücke? Halt, also hier. Ah, okay. So. Äh, ja. Gut. Gut. Ach so, mit der linken Maustaste. Hm. Wie habe ich es falsch gemacht? Ich denke, ich habe gehört, eine Beetle zu sterben. Ich denke, jemand testet Tupperware. Siehe ich auch so. Madonna? Ma'am? Ja, voll ausgetrickst. Hahaha. Äh. Na nun? Was geht denn hier so? Nee, nicht wirklich. Ah, warte mal. Alter, komm doch mal rüber. Ich bin schon ein fieser Drecksauber. Ey, geil, wir haben hier... Oh, 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 oh. Alter, jetzt können wir den plündern. Na, Hallöchen. Was kriegen wir denn hier Schönes? Was, echt? Der hat nur 50 Cent in der Tasche? Echt? Ein Berufssoldat hat nur 50 Cent in der Tasche. Egal. So, dann wollten wir hier die Sonde. Nee, wir wollten die Sonde und dann... Ach so, wir wollten... Ach so. Ich wollte die Sonde. Oh, cool, eine Kiste. Ah. Oh. Steinhammer. Mhm. Schildschmettern. Stark gegen Rüstung. Stark gegen Rüstung. Ja, ich wollte ihn eigentlich nicht anlegen, aber egal. Nehmen wir? Ja, wir haben Steinhammer. Ole, ole. Was haben wir denn jetzt eigentlich? 185? 187? Hm? Können wir da noch irgendwas ändern? Hier irgendwie Feuerschaden? Das wäre doch was hier. Schau mal das. Oh ja, jetzt brennt er. Sieht gefährlich aus, wa? Aber die Axt ist doch tausendmal besser eigentlich. Aber ich probiere den mal aus. Kann ja nicht schaden. So. Hier, das sieht so aus, als ob wir das Gitter binnen... Ach, warte mal. Ich will erst mal nochmal kurz runter. Äh, ich meine, ich will ja nochmal... Ich meine, ich will nochmal runter. Irgendwas haben wir doch bestimmt übersehen. Oh. Ach so, wir hätten ihn da auch einsperren können. Ah, verstehe. Hm, Taco Bell, CIA. Alles klar. Ja. Wir können natürlich jetzt durch die Haupt... Durch den Haupt... Ne, machen wir nicht. Äh, wir gehen jetzt nach oben. Und gehen dann hier durch. So voll Ninja-Style. But so far, we've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste. We've contained all we can, but there are no guarantees an outbreak will not occur. And does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so. When the alien waste reacts with organic material on Earth, it turns things into... Nazi Zombies. Wir haben Wege und Mittel, sie zum Sprechen zu bringen! Fass. Here we go again. Goddammit. I'm so tired of Nazi Zombies. It's so overused. If the wrong person gets their hands on that green toxin, it could totally spread and... We have a big problem. All right. We're gonna have to completely obliterate everything in a three-block radius. Find locations for the bombs and bury it all. Then make up a fake story about an earthquake. We can contain the outbreak this time, if we act quickly enough. Let's move! Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it encrypted and locked away, so nobody ever hears what was said in this meeting. Yes, good idea. Good idea. Find ich auch. Hm. I hope we don't get in trouble for this. Ja, ich glaube auch. Was meinen jetzt? Soll ich ihm mal furzen? Schönen Tag. Ja, schönen Tag. Das sagt bestimmt was anderes. Oh, also... Also der... Manchmal ist der deutsche Jugendschutz echt dumm. Ja, ich meine, das ist ein Bestandteil der Geschichte und dass sie so eine Sachen einfach komplett rausnehmen, weil... Oh, das gibt's nicht. Ja, ja, genau. Du bist auch schon so ein Jawohl. So, äh... Warte mal, ich könnte auch eigentlich mal hier so einen Mana-Trank nehmen, ne? Gegenstand. Können dir mal einen Mana-Trank. So, dann kriegt er jetzt hier eine Fruitskranne, äh, hä? Äh, nee, der wird wahrscheinlich nicht angebiert. Schönen Tag. Hm. Können wir das probieren? Jawohl! Hm. Versuchen wir das mal. So, halte die rechte Maustaste gedrückt, bis du das Gras siehst. Schönen Tag. Und klicke da mit der linken Maustaste. Autsch! Was? Echt? Wirklich? Also ernsthaft? Lächerlich. So, was? Der kriegt erstmal einen Schockschaden. Ja, ich hab... Okay. Ich hab... Okay. Ich hab... Das war's. Also echt sowas dämliches, ja? Also... Oh, geil. Pentagram, was ist das denn? Hm. Ah, ja. Oh, ja. SWAT-Weste. Geil. Gleich mal anziehen. Alles nehmen. Ja, meine SWAT-Weste. Was hat er hier noch für uns? Hallo. Oh, ja. SWAT-Kopf und SWAT-Einsatzhandschuhe. Jawohl. Ne, lohnt sich doch. Alles nehmen. Alles nehmen. Achso, wir haben ja alles. So, das heißt, wir ziehen uns mal ganz kurz um. Und show. Und zwar ziehen wir uns jetzt den... Ah, Astronaut. Den SWAT-Helman. Und wir setzen uns die SWAT-Weste und wir machen dann natürlich noch die SWAT-Handschuhe. So. Die müssen wir jetzt natürlich noch ausrüsten. Das heißt, wir ändern das mal kurz hier so. Und was machen wir da rein? Puh, da bin ich jetzt aber... Äh, durch einhändige Waffen. Nö. Bogenschaden. Ah, Schockschaden. Puh, na, das könnte man nehmen. Das nehmen wir. Dann, was haben wir... Ach, hier können wir gar nichts reinkloppen. Bisschen ist ein Scheiß. Hier, hier können wir noch was reinkloppen. Endern. Und da machen wir natürlich was rein. Ach, das war ja Stufe 2. Ne, das war ja auch nicht so prickelnd. Ah, hier, das ist irgendwie mit MP und... Boah, ist das nervig. Ich verursache durch einhändige Waffen. Was haben wir hier? Ich verursache 10% mehr. Ja, bloß ich... Also... Ich mach ja gar keinen Widerlichkeitsschaden. 50 zusätzliche Schaden. Was ist denn das? Das ist ein Witz. Ach komm, hau mal das rein. Bringt wahrscheinlich nichts, aber... Pfff. Drauf Gschisse. So. Hm. Als ob man im Modder rumpanscht. Na, da saßte was, mein Freund. Oh, was haben wir denn da? Säurie oder was? So. Don't forget the recorder. Ja. Vergess dich nicht, Alter. Chill mal. Oh geil, ein Recorder, der hier ganz allein auf dem Tisch liegt und ich nicht weiß, was ich damit machen soll. Hm, wer hat den denn so sorglos da liegen lassen? Bestimmt dachten sie sich... Ach ja, ich geh mal kurz ein paar Minuten raus, um dann zuwiderzukommen, um den dann wiederzuholen. Oder so. Man, das ist so. Oh, was ist das? Wow. I'm so excited. Was haben wir hier noch? Ah ja, eine Flach... Ja, nee, ist okay. Es läuft. Haben wir hier noch? Oh, geil, guck mal. Gym Pokémon. Kurser. Kurser. Wafilla. Yeah. Der fehlte mir noch in meiner Sammlung. Haben wir hier noch irgendwas zu betätigen? Ach so, warte mal. Aufwertung verfügbar. Das ist zu zig ja jetzt erst, ey. So, wir haben eine Aufwertung. Alter, was ist das denn? Geil. Ah. Alter. Geil. Wären wir natürlich als nächstes tun, aber wir hauen erst mal... Der hat ja Dreidel, ich weiß nicht, was das bringt. Was haben wir hier? Also. Ah ja. Mhm. Jetzt zu einem zusätzlichen zufälligen Ziel. Ah ja. Okay. Und was haben wir hier noch? Eine verringerte Abwehr. Hm. Hm. So, was haben wir hier? Ja, das ist erst mal unwichtig. Ich glaube, ich nehme mal erst mal das. Ja. Gut. So, Vorteile. Haben wir noch einen Vorteil? Nee. Magie. Den haben wir ja schon. Okay. Gut. Haben wir das auch erledigt? Oh nein. Es sind alles Nazi-Zombies. Was soll ich nur davon halten? Also. Die Ostehung. Die Ostehung. Untertitelung des ZDF, 2020